Hallihallo, wertes YouTube-Gesindel, ich bin der Boba von PennerGesindelLP und ich wollte euch kurz ein paar Sachen mitteilen, nämlich vor allen Dingen Twitch. Ich bin auch auf Twitch aktiv seit einigen Wochen unter dem Namen PennerGesindelLP, also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir da folgen würdet und mein wirkliches Hauptanliegen hier ist, euch mitzuteilen, dass ich heute Abend um 20 Uhr, Abend 23.07. gerne Anstoß 3 livestreamen würde. Ich würde einen extra Spielstand starten, echte Manager-Karriere oder wenn ihr unbedingt wollt, vielleicht auch mit einem festen Verein starten. Da können wir drüber reden. Wenn das gut ankommt, wird alle paar Tage passieren, weil ich denke, Anstoß 3 ist ein Spiel, das ist gemacht für Livestreams. Da könnt ihr dann live dabei sein, die Spannung live miterleben, mir Tipps geben, wen ich aufstellen soll, wen ich verpflichten soll, was ich an der Taktik ändern soll und so weiter. Das ist meiner Meinung nach ein Projekt, das eine Menge Potenzial mitbringt, was noch spaßiger sein könnte, als das Let's Play auf YouTube. Deswegen würde ich euch heute Abend gerne einladen, um 20 Uhr dabei zu sein. Guckt dann einfach mal da rein. Ihr werdet, wenn ihr mir da folgt, immer informiert, wenn ich da online gehe. Ansonsten auch auf YouTube mittlerweile, wenn ihr meine YouTube-Videos guckt und ich bin gleichzeitig auf Twitch online, dann werdet ihr da auch eine Mitteilung bekommen. Dann steht da in einem kleinen Fenster so drin, Penner-Gesindel-LP ist Streaming right now oder irgendwie so, wie auch immer das formuliert wird. Ja, über alle Aktivitäten meines Kanals werdet ihr am besten informiert, wenn ihr Facebook nutzt. Da bin ich auch Penner-Gesindel-LP mit einem Leerzeichen zwischen Penner-Gesindel und dem LP auf Facebook zu finden. Like mich da doch bitte, da habe ich bisher relativ wenig Likes und die meisten kommen aus meinem Freundeskreis. Deswegen würde es mich da freuen, auch ein paar YouTuber dort mal zu finden. Ansonsten, was gibt es sonst noch Neues? Schlag den Penner, da habt ihr jetzt vielleicht auch mal meine und Yogis Visage gesehen, wie wir im Reel aussehen. Das ist eine Gameshow im Stile von Schlag den Rab, ein Gaming-Contest. Schlag den Rab oder Schlag den Star regeln. Und es ist ein sehr cooler Contest, mittlerweile der auch sehr gute Klickzahlen bisher generiert und der vor allem Jogi und mir jede Menge Spaß bereitet. Also guckt da doch mal rein, da wird es alle paar Tage neue Spiele geben. Ansonsten mit Jogi bin ich allgemein sehr aktiv, Xbox Live, Demo-Show wird öfters mal aufgezeichnet, da wird bald eine neue Folge kommen. Wir haben Shank beendet, ein Let's Play Together, was komplett jetzt auch auf meinem Kanal zu finden ist. Sehr cooles Spiel, sollte man sich mal reinziehen. Macht auch eine Menge Spaß, Teil 2 wird folgen. Die LC-Quest, die Odyssee wird bald beendet sein. Ich habe die verschollenen Folgen gefunden und die werden jetzt bald online gehen oder sind teilweise schon online gegangen. Deswegen wird das Let's Play auch innerhalb der nächsten, sagen wir mal, sieben Tage beendet sein und Raum für neue Let's Plays schaffen. Oder ich werde erstmal keine neuen mehr anfangen, weil ich habe mich ja oft überladen in der Vergangenheit, die kam dann nicht mehr hinterher. Ja, Anstoß 3 läuft wieder, ist heute eine neue Folge online gegangen, aber da würde ich den Fokus jetzt so langsam auf Twitch verschieben. Wenn ihr da mitspielt, würde mich das sehr freuen. Ansonsten habe ich nach wie vor die Amazon-Links in meinen Infotexten zu den Videos. Wenn ihr da bei Amazon was kaufen solltet, dann nutzt doch bitte meinen Link, dann kriege ich 5% des Preises ab. Aber ihr müsst überhaupt nicht mehr bezahlen. Quasi, ihr zieht nur den Leuten von Amazon das Geld aus der Tasche und steckt es in meine. Und das Geld werde ich natürlich für den Kanal investieren. Sprich, bessere Hardware, die dringend nötig ist. Das neue Mikro, was ich mir geholt habe, ist ein ziemlicher Flop, das rauscht wie Sau, wie ihr vielleicht manchmal hört. Oder neue Spiele oder was auch immer. Und zu diesem Zweck habe ich auch einen Spenden-Button eingefügt. Den findet ihr auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Twitch-Kanal. Da könnt ihr per PayPal oder wie auch immer mir etwas spenden, wenn ihr das wollt. Ich kann natürlich nachvollziehen, wenn ihr das aber noch nicht machen wollt. Würde mich aber sehr freuen, genau wie alles andere an Feedback, sprich Kommentare, Likes, Daumen hoch, private Nachrichten, Kommentare. Macht, was ihr wollt, aber wenn ihr mich in irgendeiner Form unterstützt, dann steigert das meine Motivation und das macht dann alles noch viel mehr Spaß. Und lange Rede, kurzer Sinn. Schaltet heute Abend um 20 Uhr oder in den nächsten Tagen mal auf Twitch ein. Penner gesündet LP auf Twitch. Da wird anstoß 3 live gestreamt. Tschüss, bis dann. Euer Boba. Stay tuned. Seid sachlich.